Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachschlag. Dieses Mal geht es darum, dass wieder was in Debian 11 fehlt, nämlich der FreeIPA-Client. Und was ihr dagegen tun könnt, das erfahrt ihr gleich. Das Ganze ist jetzt nicht weiter schwierig, denn auch wenn der FreeIPA-Client in Debian 11 fehlt, gibt es ihn in den Debian Backports. Die Debian Backports, die portieren Software, also Programme zurück, die sich entweder in Debian Testing oder Unstable befinden. Auf die aktuell stabile Version oder eine vorgegangene stabile Version. Das Ganze ist zum Glück auch nicht weiter kompliziert. Wir tragen die Backports-Paketquelle, nämlich die hier, in eine neue Datei ein. Bullseye Backports.list. Wichtig dabei ist, dass am Ende hier Punkt List steht. Und dass wir das Ganze in diesem Verzeichnis ablegen. Und das setze ich eben daraus zusammen, dass wir halt den Debian Mirror haben. Da habe ich halt diesen Hauptmirror genommen. Dann das Unterverzeichnis Debian. Dann von wo wir die Backports haben möchten, beziehungsweise für welche Distribution. Also für Debian 11 ist das halt Bullseye. Und das heißt eben Minus Backports noch da dran. Und dann gibt es halt diese verschiedenen Unterzweige, wie Main, wo eben nur freie Software drin ist. Dann gibt es noch Contrip und Non-Free. Contrip ist das, wo Software drin ist, die eigentlich frei ist, aber Abhängigkeiten in einem nicht freien Bereich hat. Und dann gibt es eben noch Non-Free. Und Non-Free ist halt das, was nicht frei ist. Also sowas wie Firmware-Treiber, die geschlossen sind, wo es keinen Quelltext vergibt. Nachdem wir diese Paketquellenliste erstellt haben, über das Echo hier, wird das Ganze einmal da reingeschrieben. Aktualisieren wir über apt-get-update diese Informationen, überfahrende Pakete auf dem System. Die eigentliche Installation von dem FreeIPA-Client, die habe ich jetzt weitestgehend automatisiert. Durch das "-y", bekommt ihr keine Rückfrage. Also da wird nicht mehr gefragt, ob ihr die Software wirklich installieren möchtet. Durch das Install wird das Kommando gegeben, dass eben apt-get-Programme installieren soll. Wenn jetzt remove stehen würde, würde die Software deinstalliert werden. Und hier hinten steht, welche Software welches Paket installiert werden soll. Neu dabei ist dieser Parameter "-t-bullseye-backports". Damit sagen wir apt, dass wirklich die Pakete von dort installiert werden sollen. Denn die Pakete von dem Bullseye-backports haben eine so niedrige Priorität, dass sie nicht installiert würden, wenn man das einfach weglässt. Auch wenn das Paket ansonsten nicht vorhanden ist. Also das brauchen wir wirklich auf jeden Fall. Damit das Ganze jetzt auch wirklich komplett ohne Rückfragen geschieht, setze ich hier noch diese Variablen davor. Also dieses Debian Frontend Non-Interactive. Damit es wirklich keine Rückfragen gibt. Ansonsten könnte es sein, dass irgendwie ein Paket, also nicht unbedingt das hier, aber andere Pakete, noch einen Depconf-Dialog einblenden würden. Das sind diese Textmodus-Dialoge, die auf blauem Hintergrund bei Debian oder bei Ubuntu, wer ist denn, Hals und Lila-Hintergrund, auftauchen und euch irgendwelche Fragen stellen. Und durch das Setzen von dieser Variablen wird dieser Dialog halt nicht angezeigt. Und die Informationen, die eigentlich benötigt würden, kommen eben aus der Depconf-Datenbank. Oder es werden die Standardwerte, die im Paket hinterlegt sind, dafür einfach verwendet. Ja, das war es eigentlich auch schon. Danach habt ihr denn wiederum die ganzen Programme, die in diesem FreeIPA-Client-Paket drin sind. Dann könnt ihr euren Rechner an einen FreeIPA-Server anbinden und so weiter und so fort. Ja, weitere Informationen zu mir, meinen Dienstleistungen, meine Schulungen und so weiter findet ihr dort. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Musik 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 Musik